Zurück in die Ukraine schauen und zwar nach Kramatorsk. Die Stadt wurde schwer von den russischen Truppen angegriffen. Inzwischen ist sie fast menschenleer. So groß ist noch immer die Angst, dass der Feind auch doch nochmal wiederkommen könnte. Aber nicht alle Einwohner sind geflohen. Unser Reporter Max Hermes hat einen Mann begleitet, der trotz großer Angst geblieben ist. Ivan Filipovic ist in Kramatorsk geboren. Obwohl seine Familie wie viele der früher 160.000 Einwohner längst aus der Stadt geflohen sind, erzählt mir der 85-Jährige, dass er auf keinen Fall weggehen wird. Ich muss doch hier bleiben, nach unserem Apartment gucken. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Diese Stadt ist alles, was ich habe. Die Russen haben Kramatorsk mit Raketen und Bomben aus der Ferne angegriffen. Jederzeit könnten sie das wieder tun. Von einigen Gebäudekomplexen in der Stadt sind schon jetzt nur noch Trümmer übrig. Dieses Gebäude hier hinter mir war früher einmal eine Schule. Jetzt ist hier nur noch ein großer Krater zu sehen. Die Alarmsirene läuft in Dauerschleife. Das heißt, jederzeit könnten hier Bomben über der Stadt niedergehen. Ivan zeigt mir die Gegend, in der er aufgewachsen ist. Ich entdecke das Gebäude eines Kindergartens, in dem so schnell keine Kinder mehr spielen können. Der Rentner selbst hat einen russischen Angriff aus geringer Entfernung miterlebt. Die Rakete schlug in der Nähe meines Hauses ein. Ich bin gegen 3.20 Uhr davon wach geworden. Als ich rausgeguckt habe, sah ich nur noch einen riesigen Feuerball. Was er Wladimir Putin sagen würde, möchte ich von dem Rentner wissen. Ich wünsche mir, erzählt mir Ivan den Tränen nah, einfach in Frieden zu leben. Ich habe den Zweiten Weltkrieg miterlebt, da war ich sechs Jahre alt. Jetzt will ich einfach ein bisschen Ruhe. Doch statt Frieden sieht er jetzt zerstörte Häuserfronten, hört Sirenenalarm, Ivan wird das durchstehen. Der 85-Jährige hat schon so vieles durchgestanden in seinem Leben in Kramatorsk. Der 85-Jährige hat schon so vieles durchgestanden in seinem Leben in Kramatorsk.